so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ghost of tsushima ich bin der feingehmer wir nähern uns hier einen gipfel wachboss ich weiß nicht wie stark bis jetzt der ist war war oder Das war's für heute. doch größer als gedacht hier da sind noch zwei, na gut, wurscht ok dann kann man das verlieren oh, den hund warte ich nicht da war es zu bieten, nein da gibt es viel zu holen nein, 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 nein das war jetzt überraschend jetzt habe ich die Uhr erschreckt bei solchen Attacken finde ich das geil diese Attacken zu machen das ist das ist Da, da, da. Da, da, da. Vielleicht schaffen wir es doch noch, wenn wir uns ein bisschen spielen. So, nicht lang dauert. Deswegen gehen wir gleich da her, machen die Hauptmission weiter. So. Das Geschenk kommen wir uns zuerst noch ab. So, what's up? Okay. Das ist ein Wagnis. So. Na gut. Ganz ruhig. Hier langst du in die Burg deines Onkels. Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. 2,8 Kilometer. Das ist ein Wagnis. Das ist ein Wagnis. Das ist ein Wagnis. Ja. Das ist ein Wagnis. – Drei. Das ist ein Wagnis. Das ist ein Wagnis. jim warum seid ihr weggelaufen ich wollte einen aal fürs abendessen fangen und wolltet ihr ihn mit bloßen händen fangen wie so sagte ihr verstoßt mich sobald ihr einen eigenen sohn hat jim kommt hier euer freund irrt sich der weg kann ein leben lang dauern doch ich gehe ihn mit euch ja auch so Die Klippenwand beobachten Sie nicht. Alle haben da wo der Hockte. Ja, das letzte Mal. Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach euch. Ok, danke. Wenn ich die Wachen angreife, haben die Recht, die mich Monster nennen. Ich bin der Lange. Ich bin der Lange. Ich bin der Lange. Wir werden die Räume auf dem Bord. Ich bin der Lange. Vielleicht auch die andere Richtung. Das ist doch... Amen. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen oder dafür sorgen, dass mich niemand sieht. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen, aber ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen. 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 Das ist mega spannend. Das war spannend. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen. 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 Er entkommt uns nicht wieder. Haltet das Lager im Rücken. Meldet alles Unbewöhnliche. Natürlich, Fürst Shibuya. Ich übernehme die erste Warte. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich ihn aufschleichen. Die Mongolen wurden beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst Sa... der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Um den Geist kümmern wir uns, wenn wir die Mongolen besiegt haben. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich könnte sein Befehl. Die Mongolen und ihr Anführer bleiben oberste Priorität. Natürlich, Fürst Shibuya. Wissen wir, wo der Khan ist? Unsere Speer im Norden kehrten nie zurück. Wurden wohl gefasst oder getötet. Zeigt mir, wo sie gesucht haben. Wir folgen ihren Spuren und sehen, wo sie hinführen. Gut, so geht's. Mein altes Zimmer. Ob ich hier wohl je wieder willkommen bin? Ich habe dort was gehört. Sieht nach, ich habe was gehört. Wir vergeuden hier nur Zeit. Ah! Ah! Oh, ich kann mich da aber rein, Alter. Ah, da ist noch eine Leid darauf, okay. Und da ist dann vielleicht irgendwo eine Luke. Okay. Na! Oh! 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 Wenn ich jetzt wieder zu hoch... Oh! 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 Da komme ich nicht ganz rein. Da, 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 da. Hört mal. Na los. Wir brauchen nicht mehr so. Ich muss meine Nachricht gut sehen können. Er ist hier. Machen! Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khans töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gehen. Was auch immer ihr von mir haltet, ich werde immer eure Familie sein. Jetzt können wir noch mal noch hoffen. Wie es weiter geht, sind wir in meiner nächsten Folge. Ich bin der Fangamer. Das ist gut. Ciao und Baba. Ich bin der Fangamer. Ich bin der Fangamer. Ich bin der Fangamer. Ich bin der Fangamer. Untertitelung des ZDF, 2020